Hallo und herzlich Willkommen zu einem kleinen Let's Show oder Let's... Wir starten mal das Spiel von Hearthstone. Das habe ich bei dem Freund meiner Schwester nämlich zum ersten Mal gesehen und muss sagen, gefällt mir total gut und ich möchte mal schauen, wie anfängerfreundlich das Spiel quasi ist. Und damit starten wir das Spiel jetzt zum ersten Mal. Kostenlose Karten. Dann klicken wir mal drauf. Yeah! Oh, ein neuer Herausforderer. Es ist Jaina Prachtmeer, die Magierin. Wer nimmt diese Herausforderung an? Oh, die Plage Elvins. Hugga, der Knoll. Kommt her! Kommt her! Okay, ich finde es schon mal sehr schön, dass das Spiel komplett dosynchronisiert ist. Dieses Spiel ist ein Trading Card MMO, wenn man das so haben möchte. Und das finde ich als Trading Card Spieler ziemlich gut. Ähm, spielt Dina aus und benutzt sie im Hugga anzugreifen. Verursacht genug Schaden und ihr gewinnt. Ähm, im Grunde ist es so... Moment. Oh. Im Grunde ist es so, dass wir unseren Zug damit immer beginnen, Karten zu ziehen. Wie diese zum Beispiel. Und unser Ziel ist es, mit diesen Dienern unter anderem und auch ein paar anderen Karten, diese Zahl auf 0 zu senken. Und er versucht das halt auch mit unserer Zahl. Insofern, das ist erstmal das Vereinfachte. Dafür haben wir bei Kosten 1 stehen. Das sind diese Sachen hier. Da bekommen wir, glaube ich, pro Zug immer einen dazu. Und, ähm, unten links steht halt der Schaden. Und selber steht da noch das Leben, wie viel er selber hat. Denn Dina können sich auch gegenseitig angreifen. So. Wenn das... Das war's. Im Hintergrund kommt, dann kann man nichts mehr machen. Auch im normalen Spiel. Darum fertig. Autsch. Nun zumindest hat er diese Runde keine Karte ausgespielt. Aha, gut. Ja, gut. Das wird also eigentlich alles auch nochmal so schön einzeln erklärt. Ja. Mein Zug! Ein weiterer Diener. Hervorragend. Ja, der hat zwei Kosten. Zufälligerweise haben wir in Zug 2 auch zwei Mana. Darum platzier dich mal dort. Mhm. Ihr seid genau da, wo ich euch haben will. Und jetzt würde ich gerne wissen. Ja. Ob uns gesagt wird, wen wir angreifen sollen. Tatsächlich. Ähm, ich weiß nicht, ob wir erst den damit besiegen müssen. Aber ich glaube, man kann normalerweise jeden angreifen. Wir greifen erstmal dich an. Bonk. Und das war's. Was gerade eben noch hier stand, darum sind hier auch die Zets. Der wurde gerade eben erst gespielt. Darum hat der in dieser Runde noch Einsatzverzögerung. Einsatzverzögerung und kann nicht angreifen. Zwei Karten? Er hat wohl eine aufgespart. Ach, Quatsch. Soll ich einen Gnoll angreifen? Oder Hogger selbst? So, das werde ich gleich rausfinden. Man kann übrigens die Karten links oder rechts von bereits Legenden abspielen. Und halt auch dazwischen, wenn da jetzt mehrere sein würden. Das ist tatsächlich wichtig an manchen Stellen. Weil es gibt Karten, die als Effekt haben, dass benachbarte Karten einen gewissen Effekt davon bekommen. So, und du? Du machst drei Schaden, ne? Hm. Du greifst mal den an. Bonk. Ja. Genau aus diesem Grund. Sehr schön. Fünf Angriff? Das Ding ist riesig. Ich kann entweder den Riesengnoll ausschalten oder seinen Meister angreifen. So, wir legen erstmal den hier hin. Mit drei Angriff ist der ja relativ stark. Ähm, da wir zwei Schaden machen und der nur zwei Leben hat, ist es vielleicht im Moment sinnvoller, wenn wir den attackieren. Der Schaden wird ja immer zeitgleich zugefügt. Insofern, yay, Gefahr abgewendet. Ah, nervig. Ah, es ging auf mich. Na gut, dann ist das okay. Eine Zauberkarte kann nur einmal verwendet werden, also sollte ich sie überlegt einsetzen. Ich überlege mir das total gut. Ähm, sechs Schaden auf dich mal. Ha! Und dann greife ich dich noch an. Perfekt! Sehr schön. Klicken, um fortzufallen. Okay. Uh, Belohnung! Oh ja! Zweimal Arcane Intelligenz! Zurück ins Verlies mit euch, Hogger! Und ich darf jetzt zum nächsten gehen. Okay. Ich würde sagen, machen wir das noch? Wie es aussieht, komme ich da jetzt erstmal nicht drum rum. Darum kämpfe ich mal kurz gegen Milhouse Mana Sturm. Was für ein Name. Jaina gegen Milhouse Mana Sturm! Yay. Okay. Jaina, macht euch bereit für einen Kampf mit dem mächtigen Milhouse Mana Sturm! Ah. Ah. Ich wollte anfangen! Okay. Ich habe ein Mana bekommen. Sehr schön. Damit kann ich den kleinen Morlock spielen. Und dann ist mein Zug leider schon vorbei. Was für ein Diener ist das denn? Ein Morlock? Ha! 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 Was übrigens auch sehr interessant ist, wenn er ausredet. Wartet nur, bis ich ein wenig mehr Mana habe. Ja. Vielleicht ist er dann schon weg. Ein Glück. Mein Mana ist wieder hergestellt. So. Was ich sagen wollte, ist, was dieses Spiel zu einem MMO macht, ist, dass man am Anfang eine Klasse quasi wählt. Hört auf mich anzug! Ich will dieses Spiel gewinnen! Ja, ja. Das ist bei uns der Magier. Das bedeutet, dass wir die ganzen Karten, die zum Magierpool benutzen können und neutrale Karten. Ich glaube, das müssten hier neutrale sein. Die sehen jetzt nicht so aus. Da steht zumindest jetzt nichts an sich da. Und hier steht unten Zauber. Vielleicht ist es das. Nein, wird nur ein Zauber sein. Auf jeden Fall ist das eine Karte, die nur im Zaubererdeck drin ist, glaube ich. Und das hier ist eine normale, die kann jeder im Deck haben. Ich habe es ja noch nicht so wirklich gespielt. Das ist ja jetzt auch meine Premiere. Aufgepasst! Wisst ihr, wie sich das anfühlt? Wie, wie ein Sieg! Eure anderen Diener haben plus eins Angriff. Ja, das ist zum Beispiel das, was ich meine mit, bei dem ist die Position relativ wichtig. Weil wenn ich jetzt hier zwei Monster hätte und setze ihn ganz rechts hin, hat nur ein Monster davon den Nutzen. Setze ich ihn zwischen die Monster, dann sollten die Benachbarten vielleicht einen Angriff bekommen. Also, das könnte ich mir so vorstellen. Ich glaube, ich stehe das Wort benachbart sonst mit drauf. Ich bin mal gespannt. Ich spiele mal kurz Arcan-Intelligenz und ziehe zwei Karten. Ja, das sieht doch ganz nett aus. Und fällst dich mal an. Honk! Tut mir leid. Ich bin der Letzte, der nicht aufpasst bei sowas. Ja, das ist ganz schön nervig. So. Dich einmal raus. Dich gleich daneben. Fertig. Wartet nur, bis ich zehn Mana habe. Ah, ich weiß, was dieser Typ vorhat. Ah, wie ätzend. Ich kenne nämlich eine Karte, die zehn Mana kostet und extrem gut ist. Hey, ich will unbedingt diese Karte ausspielen. Ähm. Setz dich mal kurz dazwischen. Perfekt. Kann sein, dass es wirklich auf alle außer sich selbst geht. Ähm. Das macht nur Dienern Schaden insofern schwachsinnig. Und mit zwei Mana kann ich sonst nicht viel machen. So, dann greife ich dich einmal an. Dich einmal an. Und bin fertig. Autsch. Ah, nervig. Ich habe befürchtet, dass es das ist. Na gut. Mh. Blöd. Na gut. Dich haue ich mal. Halt. Dich haue ich mal hier dazwischen. Perfekt. Dich haue ich mal noch da rein. Und wie erhielt sich jetzt der Angriff? Auch mit. Okay. Schön. So, aber auf zehn Mana wird der, glaube ich, nicht kommen, der gute Mann. Dafür hat er nicht mehr genug Mana. Ja, auf wen geht das jetzt wieder? Okay. So, dann würde ich sagen, machen wir das mal ganz stilvoll und zerstören die mit einem Feuerball. Yay. Haha. Sehr cool. Ja, das läuft doch schon ganz gut. Man könnte meinen, das Tutorial wäre ein kleines bisschen gescriptet. Kampfschrei zielt eine Karte. Ich glaube, Kampfschrei-Fähigkeiten sind Fähigkeiten, die beim Ausspielen aktiviert werden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wir werden wahrscheinlich eh gleich eine kleine Lehrstunde dafür bekommen. Ja. Wir gehen mal zu Lehrmeister. Nein, Quatsch. Zu Lehrensucher Cho. Bin gespannt, was der uns jetzt beibringt. Wie es aussieht, wird der Kampfer jetzt mit jeder Runde etwas komplexer. Ja, gegen Lehrensucher Cho. Ja. Wenn Tina sich bekämpfen, dann erleiden beide Schaden. Das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Das gefällt mir echt gut. Ich bin vielleicht nicht so geschickt mit Schwert und Bogen. Doch habe ich viele Freunde. Ja, Lehrensucher. Was man hier links am Rand übrigens sieht, ist eine Art, ähm, History, welche Karten gespielt wurden. Finde ich auch ziemlich gut. Ähm, mache ich das jetzt schon? Nö, ich spiele das nicht. Dann greife ich mit dem Dich an und beende mal, mal gucken, wenn er nur normale angreift. Einziger Schadenspunkt kann den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen. Ich zolle euch Respekt. Okay, er greift tatsächlich so an. Das hätte ich nicht gedacht. Hm. Na gut. So, dann du raus. Perfekt. Und viel auf dich. Lattes. Solange er nur mich angreift. Ach, ja, oder die. Das habe ich natürlich vergessen. Ist es nicht so schlimm. Hm. Okay, mein Zug. Ach, den habe ich auch. Ein Glück. Drei Leben ist mir immer noch ein bisschen zu viel. Ähm. Obwohl, ich könnte den natürlich nochmal besiegen. Gut. Dann lege ich dich mal raus. Dann greife ich dich an. Obwohl das, glaube ich, jetzt vielleicht dumm war. Ich weiß es gar nicht. Na gut. Wir beenden mal den Zug. Mal gucken, wie dumm das jetzt tatsächlich war. Sehr schön. Den kriege ich zum Beispiel mit der Arcan-Explosion weg. Was macht denn das? Andererseits vielleicht auch nicht. Äh. Nicht schön. Gut. Dann spielen wir. Einmal das. Perfekt. Einmal. Einmal den. Und greifen dann den an. Fertig. Man könnte meinen, man hat keinen Schaden gemacht. Aber ich glaube, die eine Karte, die die Werte erhöht hat vom Monster, hat er von seinen Lebenspunkten abgezogen. Für den Moment. Erst schlage ich eure Truppen, dann euch. Das ist ja nervig. Äh. Ich möchte bitte zwei Karten ziehen. Uh. Oh. Das ist heftig. Das hebe ich mir aber noch auf. Ähm. Zwei, zwei. Na, der wird da wahrscheinlich so angreifen. Sei okay. Halt, ich greife. Das ist viel besser. Perfekt. Weil jetzt kann er mit dem anderen ja meinen nicht zerstören. Ha. Geil. Mächtig. Ich habe neue Freunde kennengelernt, die sowohl heilen, als auch kämpfen können. Näh. Jemand den Arzt rufen. Näh. Nervig. Achso. Klick. Ja. Das finde ich ja nicht so nett. Uh. Kampfschrei. Yay. Dann gib mir mal eine Karte. Uh. Oh, was? Den spiele ich mal. Wie cool ist das denn? Ha. Geil. Das ist ja übelst krass. Ähm. Zwei, eins. Zwei, eins. Ähm. Nö. Greife ich dich an. Passt. Furcht führt zu Wut. Das war absehbar. Wut führt zu Hass. Oh, jetzt hat er den auch. Wie nervig. Hass führt zu Bauchschmerzen. Ach. Bauchschmerzen will ja keiner. Okay. Wir spielen auch mal unser, ähm, Magma-Wüter-Elementer. Wir haben noch fünf. Hm. Wir spielen das mal auf dich. Sehr schön. Greif dich damit an. Und damit geht es um den. Sehr schön. Also, man sieht, dass das Kartenspiel eine gewisse Hautrauf-Strategie hat. Es ist jetzt tatsächlich nicht so, dass man sich jetzt im Moment noch große Gedanken machen muss, was man wann wie wo spielt. Es ist jetzt tatsächlich eher so, dass man seine Karten legt und immer angreift. Ist jetzt auch nicht verkehrt. So, jetzt greife ich einmal damit an, einmal damit. Und das war's. Vielen Dank. Okay, was ist Ansturm? Ach ja, Ansturm ist, glaube ich, dass die keine Einsatzverzögerung haben. Das heißt, die kann man legen und gleich angreifen. König Mukla. Ich würde sagen, wir machen einfach alle hier. Dann habt ihr quasi das ganze Tutorial gesehen. Das müsste ein guter Einblick in das Spiel sein. China gegen König Mukla. Äh. Ein Affe. Okay. Achso, wer sich übrigens fragt, was das hier immer ist mit dieser Münze, das ist quasi der Münze, auf der entscheidet, wer anfängt. Ich hatte bisher entweder immer Glück oder es ist gut geskriptet. Ja, passt. Ich werde mal gucken, was er so macht. Wahrscheinlich hat der richtige Horten. Wirft eine Banane, was? Was? Verleiht einem befreundeten Diener plus eins plus eins. Warum kriege ich sowas? Hat man eine maximale Anzahl an Handkarten? Das wäre ja ganz schön furchtbar. Äh, ja, ich spiele erst mal dich. Sehr gut. Der macht den kaputt, aber ich glaube, ich mache das lieber auf den. Dann kann der nämlich den attackieren. Und der den. Perfekt. Das war's. Fertig. Mhm. Die Banane bleibt also erhalten komisch. Herr verrückten Affen. Das verwirrt mich wirklich sehr. Au. Aber na gut, ich werde mich nicht beschweren. Wir haben nicht drauf, Muggler. Nur Fässer. Ich spiele mal dich. Da du Ansturm hast, ist das nicht so schlimm. Ähm. Mit dem auf dich. Mit dem auf dich. Komm, mit dem auf dich. Perfekt. Das mit dem Bananen verstört mich trotzdem noch. Vielleicht ein, fein, zwei Schaden zu. Autsch. Das ist nicht so fein. Äh, habe ich noch was mit Ansturm? Jawoll. Von noch viel besser. Ich habe noch die Banane von vorhin. Kostet meinen Start. Sehr schön. Äh. Ach, es ging auf mich. Ach, na dann ist das okay. Ah. Spott wiederum ist nervig. Ja, das Problem ist nämlich, wenn ein Gegner Spott hat, dann müssen meine Gebieter den hier angreifen. Das ist ziemlich nervig. Was allerdings gerade von Vorteil ist, ich könnte ihn damit zerballern. Wer macht nur einen Schaden? Hm, Moment. Oh, jetzt nehmen wir bloß einen Angriff. Stell zwei Lebenspunkte wieder her oder das. Es wäre zu schade ihn nicht. Nee, ich mache das jetzt so. Man könnte zwar meinen, ich habe jetzt zwei Schaden verschwendet. Aber das Monster, was ich hier auf meiner Seite habe, das bleibt ja. Ähm, darf man bitte? Perfekt. Das bedeutet, mit dem Monster kann ich in der nächsten Runde ja nochmal angreifen. Außer er zerstört sich jetzt mit einem Fass oder so. Oh, wie nervig. Das war nicht schön. Das war gar nicht schön. Okay, gib mir mal bitte jemanden, der eine hohe Geschwindigkeit hat. Oh, oder den. Das ist auch ganz okay. Das Schöne ist, dass der halt auch Charaktere wie den schützt. Oh nein, wie ätzend. Boah, nee. Ach, der hat auch Spott. Ähm, dann mache ich mal den da hin. Spiel noch den. Und spiel den da hin. Ist eigentlich egal, wohin. Ich glaube, jetzt kann er sich entscheiden, wen er von beiden angreifen will. Da der eh entweder ihn oder ihn angreifen muss, greife ich damit jetzt nicht... Ach, nein, ich darf das ja nicht. Ah, ist das jetzt... Na, dann mache ich dich jetzt kaputt. Mir doch egal. Bitte mach jetzt nichts mit allen zwei Schaden oder so. Okay. Warum ist der so... Was? Ähm, zwei Karten bitte mal kurz. Ein Schaden ist ein Witz. Das ist irgendwie auch ein Witz. Zehn? Oh mein Gott, warum? Du hast 19. Der greift als erstes den an, dann kriegt der ein bisschen was aufs Maul. Okay, was soll's. Ähm, du greifst einmal den an, du greifst einmal den an, du greifst einmal den an. Dann spiele ich noch den und bin fertig. Das ist ja echt hässlich. Also, wow. Danke. Ah, sehr gut. Bist du wieder... Solange das so läuft, ist das alles okay. Drei Schaden auf den tut auch ordentlich weh. Dann zeige ich dich an. Ich an. Und dich an. So, kann ich hier eigentlich sehen, wie viel Karten man hat? Gut, fertig. Na, das ist ja echt eklig. Und das mit dem Fass ist mir eigentlich ziemlich egal inzwischen. Ähm, was ich gut finde, ist, dass die Gegner sich zum Beispiel nicht heilen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Da fehlt ein Schaden. Das macht nur auf Diener Schaden. Okay. Probieren wir's mal. Wir müssen ja nur mit einem einzigen überleben. Das werden wir hoffentlich hinkriegen. Das ist so heftig. Gut, aber wir haben's geschafft. Ein Glück. Boah, nee. Was zum Teufel ist denn das gewesen? Weg mit dem. Wo? Wow. Ein 10-10er-Monster ist ja wirklich nicht zum Lachen. Der Wahnsinn. Verwandel, ein Diener, ein Schaf. 1-1. Sehr schön. Das ist cool. Ich glaube nicht, dass wir Muggler zum letzten Mal gesehen haben. Gut, dann machen wir gleich das nächste. Das ist die vorletzte Mission. Ich weiß nicht, ob es danach mal eine andere gibt. Was bei diesem Spiel sehr schön ist, man kann natürlich auch gegen andere echte Spieler kämpfen. Wer kennt ihn nicht? Übers Internet. Ich kenne den übrigens nicht, Hammett Nessingwary. Insofern tut's mir echt leid. Vernichtet seine Diener bevor sie sich überwältigen. Okay. Ihr seid aber hübsch. Ich weiß, was ihr sagt. Bitte? Keiner spricht so mit dem alten Hammett. Ha! Ich bin zuerst dran. Ah! Ich erhalte eine zusätzliche Karte. Ich verstehe. Gut, denn ihr werdet sie brauchen. Okay, sehr schön. Na, dann machen wir deinen Zug. Das hier erinnert mich an die Zeit, als ich den gewaltigen Tiger Bangalash jagte. Waldmannsheil! Ach, es ist so schön. So, was krieg ich denn? Aha. Dann leg ich mal dich aus. Da du schon umherwählen kannst. Das hänge ich mir an die Wand. Ach, komm, wir hängen uns jetzt beide an die Wand. Der hat ein paar blöde Sprüche. Der ist gewohnt, gegen Diener zu kämpfen. Aber Hamilton, der kämpft seine eigenen Schlachten. Ich habe auch ein paar Tricks auf Lager, Zwerg. Merci! Darauf habe ich gewartet. Wir haben nämlich als Held ebenfalls eine eigene Fähigkeit, die wir benutzen können. Für, das steht hier oben, zwei Mana und das macht einen Schaden bei uns. Lässt sich einmal pro Zug benutzen. Und, ähm, ja, wenn man mal ein bisschen Mana übrig hat, kann man das gern machen. Gibt auch Fähigkeiten, die übrigens nicht nur Mana verbrauchen. Das stimmt. Oh, und das ist fantastisch. Ähm, einmal auf dich. Tschüss. Einmal da drauf. Und fertig! Haha. Ach, das war dein Zug. Das ist ja fantastisch. Okay, du hast zwei, zwei. Ich habe eins, zwei. Ähm, ich könnte ihn in einen Schad verwandeln, aber ich will lieber warten, bis er was Starkes hat. Darum spiele ich mit meinen vier Mana. Den. Und den. Vielen Dank. So, und mit dem kann ich dich angreifen. Und mit dem dich direkt. Perfekt! Vielleicht sollte ich mich wieder meinen Büchern widmen. Was ihr wolle? Nö. So, der hat zum Beispiel Spott. Das ist ja relativ nervig. Ähm. Ich würde mal sagen... Oh, halt, warte mal. Moment. Was habe ich noch alles? Fügt dem feindlichen Helden drei Schaden zu. Ist nämlich auch nicht verkehrt. Der hat Spott. Der hat... Okay, ich will das jetzt möglichst sinnvoll machen. Ich will zwei Schaden auf den machen und würde das eigentlich lieber gerne überleben. Hm. Aber ich glaube, das ist an sich nicht so lukrativ. Ich könnte zwar hier zwei Schaden... Also einen Schaden machen und damit halt auch einen. Aber der Zauber geht auf alle. Das möchte ich sinnvoll ausnutzen. Und darum würde ich sagen... Hm. Ich traue mich nicht so ganz, weil der Schutz hat. Ach, es ist schon okay. Ich nehme jetzt dich. Lege dich aus. Mit dem wird es wehtun. Ähm. Mit dir gehe ich auf dich. Mit dir gehe ich auf dich. Und dann zauber ich dir noch einmal ins Gesicht. Und das war's. Ja, und genau aus diesem Grund... Ah, toll. Jetzt habe ich sie nochmal gezogen. Aus diesem Grund habe ich mir das Schaf aufgehoben. Mepp. Und... Mepp. So. Perfekt. Ach, das ist schön. Ach, wie gut, dass ich nochmal ein Schaf habe. Ja. Das ist okay. So. Vielen Dank für die Karte. Dann würde ich mal sagen... Äh. Du bist ein Schaf. Und du bist hinüber. Denn das Schaf hat ja keinen Spott. Merci. 5-2 Ansturm. Wow. Okay. Okay. Oh, Elidan. Was? Okay. Einer der wenigen Charaktere, die ich mal kenne. Einfach schon im Tutorial. Okay. Jaina gegen Illidan Sturmgrimm. Ihr wisst nicht, was euch erwartet. Sicher? Ich habe gerade 5 Missionen durchgespielt. Okay. Ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt. Ich will es, glaube ich, nicht wissen. Aha, aha. Gut. Ja. Ich habe keine Karten, die ein Mana kosten. Das wird ein Spaß. Ich brauche mehr Mana, bevor ich diese Karte ausspielen kann. Das habe ich ja auch vergessen. Das ist ja uncool. Ich finde es übrigens schön, dass er den Satz aus dem Trailer selber gesagt hat. Er schüttelt den Hass von 10.000 Jahren. Wie jetzt? Ich habe es nicht gerade gesehen. Er hat eine Ausrüstung. Und wie man hier sehen kann, Waffen haben Haltbarkeit. Ähm, man legt die quasi an. Dann hat der Held die Zahl, die links unten in der Ecke steht, als eigenen Angriff. Und mit jedem Angriff sinkt die Zahl, die rechts steht, um 1. Wenn die halt auf 0 gesunken ist, dann hat man halt quasi verloren. So, dann spiele ich mal dich. Du darfst mich bitte heilen. Vielen Dank. Achso, ich habe ja keine MP mehr. Ah, ist das nervig. Au, 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 au. Ah, ist das heftig. Es stimmte, dieser Kampf ist wirklich ziemlich übel. Böse Entwickler. Gut, wir haben mit ihm Ansturm, der hält aber leider nichts aus. Wir haben mit ihm drei, das könnten wir überleben. Äh, ich lege dich erstmal raus. Und beende den Zug. Ach, jetzt geht das wieder los. Ah, Mist. Ich nicht. Danke. Okay. Das soll mich mal nicht so dissen, wenn ich ihn bewundere, ja? Ich finde das nicht sehr sozial von ihm. Ähm. Du hast wie viel Leben? Fünf. Das ist perfekt. Dann darfst du jetzt hierbleiben und alles abfangen. Nämlich auch ihn. Klack. Und seine zwei nervigen Diener auch. Habt ihr gut gemacht. Ei, ei, ei. Okay. So, du hast Ansturm. Das ist perfekt. Jetzt habe ich noch zwei Mana. Die werde ich wohl hierfür benutzen. Perfekt. Oh, ich hätte gedacht, jetzt kommt so ein Kampf, den man nicht gewinnen kann. Bis jetzt sieht es ja noch halbwegs machbar aus. Oh, vier. Andererseits. Greif bitte meinen Diener an, ja? Danke. Ach, du Schande. Das ist ja super heftig. Du hast Spott. Du machst drei Schaden. Das ist super gut. Der hatte vier Angriffe. Das ist super schlecht. Ähm. Aber das könnte super gut sein. Weil wenn ich fünf Schaden zurück... Also, wenn ich das halt quasi zurückgebe... Oh, oh, oh. Moment. Den habe ich ja ganz vergessen. Und... Das wird das auch nicht vergessen. Auf dich. Wenn er den angreift... Jawoll! Oh mein Gott. Wie gut. Bitte leg keine Waffe raus. Das ist mir egal. Jawoll. Jawoll, jawoll, jawoll. Ist das schön. Okay, ähm. Einmal das. Dann bin ich nämlich die zwei Diener los. Ähm. Dann möchte ich dich... Auslegen. Perfekt. Und dann möchte ich dich... Auch noch angreifen. Huhu. Oh nein. Nein, 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 nein. Oh ne! Warum macht er denn sowas? Ach, ist das böse. Na gut, wenigstens sind beide weg. Ah. Ah. Ähm. Einmal auf den bitte. Habe ich noch irgendwas mit... Hab ich. Oh mein Gott. Ja, bitte. Greif den mal an. Danke. Oh Gott, das kann doch... Das kann jetzt auch total übel enden. Je nachdem, was er macht. Je nachdem. Oh nein, wie nervig. Das soll sich nicht heilen. Oh, wir haben gewonnen. Krank. Das hätte ich nicht gedacht. Okay, dann mach ich noch eine schöne Mana-Explosion einmal, nur weil ich kann. Oh. Heftig. Cool. Ich kann's kaum glauben. Ihr und euer Magier-Deck seid einfach unschlagbar. Naja, das vielleicht nicht gleich, aber... Wow. Ihr könnt neue Helden im Modus Üben freischalten. Okay. Ich würde sagen, das war ein super Einblick. Ähm. Spielen ist gegen jemanden zu kämpfen, der eine ähnliche Wertung hat wie man selber. Üben, das haben wir... Wenn wir hier draufklicken, gleich hier, da kann man, ähm... Erstmal seinen Charakter wählen und kann dann gegen andere kämpfen. Damit bekommt man hier die anderen Klassen. Das ist quasi mehr oder weniger das Klassensystem. Ähm. Die Arena ist sehr schön, weil man quasi mit vorgestellten Sets sein Deck bauen muss und dann gegen andere kämpft. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Was dieser Button ist, weiß ich nicht. Vielleicht wird's noch einer. Und, ähm, in der Sammlung sieht man alle seine eigenen Karten. Da kann man sich sein Deck halt zusammenbasteln. Ihr könnt euch ein eigenes Deck mit euren Lieblingskarten zusammenstellen. Genau. Und da hat man hier oben die Klasse. Das ist bei mir jetzt der Magier. Oder wie ich sie die ganze Zeit genannt habe, der Zauberer. Ist ja egal. Und das hier oben sind die neutralen Karten. Die kann jeder in sein Deck nehmen. Das ist das, was ich am Anfang mal gesagt hatte irgendwo. Ähm. Man kann sich hier natürlich die Decks zusammenstellen und einfach so dann abspeichern, um die schnell zu benutzen. Maximal neun Decks. Ich hab keine Ahnung, wie viele, äh, Karten man an sich in sein Deck nehmen darf. Ich weiß es wirklich nicht. Mal gucken. Hier steht doch bestimmt dann, wenn ich das machen will. Ja, mit dir. Ach, da steht's ja. Zehn von... Ach nee. Zehn von zwanzig. Was anderes. Okay. Ich will mal kurz dich. Mein Magier. damit kann ich euch helfen. Hier sind einige Vorschläge. Okay. Schön. Die kommen auf jeden Fall rein. ...rand einer Seite an, um eure Kartensammlung durchzubringen. Perfekt. Okay. Und soweit ich weiß, kann man die Karten auch nicht mehr als zweimal im Deck haben. Insofern ist das jetzt noch relativ harmlos. Ich will noch mal kurz wissen, wie oft... Also wie viele Karten insgesamt darf ich denn im Deck haben? Das Deck sieht solide aus. Probiert es doch. Okay. Das war's. Okay. Wie viele haben wir? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. 30 Karten hat also ein Deck. Ach. Steht ja auch hier unten. Schade. Das wusste ich natürlich gut. Also aus 30 Karten besteht ein Deck. Wie es aussieht, darf man die Karten nicht mehr als zweimal im Deck haben. Glaube ich. Ähm. Man kann Karten, die man mehr als zweimal hat, hier in diesem Modus umwandeln, soweit ich weiß. Aber wir haben hier gerade keine. Ähm. Man kann die quasi umwandeln in so eine Art Staub. Und mit dem Staub kann man wieder andere Karten herstellen. Damit kommt man halt an neue Karten ran. Wenn man, ähm, Kämpfe gewinnt, kriegt man, glaube ich, auch Boosterpackungen, beziehungsweise Münzen, mit denen man Boosterpackungen kaufen kann. Ne? Okay. Ich würde sagen, für einen kleinen Einblick ist das eigentlich genug. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Vielleicht mache ich ja hier die ganzen Sachen fertig und zeige dann so ein paar Matches gegen andere Spieler. Kann ja sein, dass ich das zwischendrin mal so bringe. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und bis dahin, euer Elik. Bye.